Dann darf ich euch alle recht herzlich begrüßen zur vierten Ringvorlesung in diesem Semester. Ich freue mich, dass alle wieder da seien und leider eben virtuell aufgrund der Lage. Ich freue mich aber heute ganz besonders, Katharina Orgenhofer begrüßen zu dürfen. Sie ist sicher ein ganz spezieller Gast, da die Klimabewegung und auch die ganze Klimadiskussion in Österreich nicht so stattfinden würden, wie sie stattfinden ohne sie, denn ohne sie würde es wahrscheinlich Fridays for Future in Österreich zumindest nicht so in der Form geben und auch das Klimavolksbegehren hätte es nicht so gegeben, aber ich mag gerne von vorne beginnen. Katharina Orgenhofer wurde 1994 in Wien geboren und hat Zoologie an der Universität Wien studiert und Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement in Oxford. 2008 war sie eben bei der Klimakonferenz in Katowice dabei, als Praktikantin für die UNFCC tätig und hat eben dort Inspiration gefunden, die Fridays for Future nach Österreich zu holen mit anderen Aktivistinnen aus Österreich und Aktivistinnen der Fridays for Future aus dem Ausland. 2019 hat sie dann die Leitung vom Klimavolksbegehren übernommen und das Klimavolksbegehren durchgeführt. Das ist ja sehr erfolgreich, war mit über 400.000 Unterschriften. Und durch diese Aktivitäten, habe ich gestern bei der Recherche herausgefunden, das will ich nicht vor enthalten, hat sie auch die Auszeichnung Österreicherin des Jahres erhalten. Und das ist eben die Preisträgerinnen, die den Titel erhalten, haben eben auf den Gebieten Wissenschaft, Wirtschaft oder Humanität besondere Verdienste gemacht. Und last but not least, was glaube ich auch sehr wichtig ist, ist, sie hat ein Buch ausbracht, wer jetzt ein bisschen früher schon eingeschaltet hat, hat die Diskussion in den E-Mail gekriegt. Ändert sich nichts, ändert sich alles. Und das ist, glaube ich, im Juni erschienen, in diesen Jahres. Also es ist wirklich sehr aktuell, es ist leicht und verständlich zu beschrieben. Es ist voller Fakten und wirklich auch mit persönlichen Einblicken früher. Also ich bin jetzt selber noch nicht ganz durch, aber ich habe es jetzt wirklich genossen, auch zu lesen und würde es jedem ans Herz legen, den die Thematik interessiert. Auch wenn der Titel eigentlich schon alles sagt, ändert sich nichts, ändert sich alles. Willi Katharina Roggenhofer, die hat es jetzt schon wieder entlassen. Und ich freue mich ganz besonders auf Ihren Vortrag und dann auch sicherlich auf eine sehr spannende Diskussion im Anschluss, wo eben ihr gerne wieder Fragen stellen könnt, wie gewohnt. Jetzt gebe ich gerade noch der Katharina die Rechte, dass sie die Folien teilen kann. So, danke und ich begrüße Katharina und übergib das Wort. Sehr gut, ich versuche da jetzt eine, schauen wir mal, was ich da hinbekomme. Ah, übertragen. Gut. Jetzt müsstet ihr meinen Bildschirm sehen, stimmt das? Wenn sich niemand meldet mit Gegenteiligen, dann denke ich mal, ihr seid nicht. Fasziniert. Super. Ja, danke, dass ich heute da sein darf, auch wenn es leider nur virtuell ist. Ich freue mich extrem, heute mit euch zu reden über die Klimakrise, die Klimabewegung, aber vor allem auch politische Maßnahmen, die gesetzt werden müssen und wie man aktiv werden kann, weil das ist eher meine Spezialität als die wissenschaftliche Seite. Ändert sich nichts, ändert sich alles, ist der Titel vom Buch und sagt eben schon, wo wir hinsteuern, wenn wir nichts tun. Es wird aber heute auch darum gehen, wo wir hinsteuern können, wenn wir etwas tun. Nämlich, wir haben jetzt die Entscheidung, wir können entweder in die Klimakrise oder sogar eine Klimakatastrophe stolpern oder eine lebenswerte, klimafitte Zukunft miteinander gestalten. Und dass das auch eine politische Entscheidung ist, das will ich auch euch nicht vorenthalten und das wissen sich auch sehr viele von euch schon, die diese Ringvorlesung besucht haben. Ich werde aber nichtsdestotrotz mit wissenschaftlichen Fakten beginnen. Nicht, weil ich aus der Wissenschaft komme, sondern weil sie für mich eigentlich einen Punkt ausgelöst haben, wo ich aktiv geworden bin. Nämlich 2018, wo der Klimabericht rausgekommen ist von der UNFCC, also dem Konsortium an Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern, die zu verschiedenen Themen Berichte und Sachstandsberichte herausgeben. 2018 ist eben der Special Report entstanden zu dem Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad. Warum ist das so wichtig? Weil im Pariser Klimaabkommen 2015 sich die Staaten eigentlich darauf geeinigt haben, die Erdrehitzung auf 2 Grad, aber besser 1,5 Grad zu beschränken. Und eben Inselstaaten wollten da vor allem wissen, was ist denn dieser Unterschied? Das klingt ja nicht so viel, 0,5 Grad, was kann das schon sein? Möglicherweise weiß ich nicht einmal, ob es morgen 0,5 Grad wärmer ist oder kälter ist, als es heute war. Also spüre ich das wirklich? Bei Inselstaaten ist es tatsächlich ein Thema, das wahrscheinlich über das Überleben oder Nichtleben auf der Insel zum Beispiel, auf der sie leben, entscheiden wird. Und dieser Sachstandsbericht 2018 hat gezeigt, dass sogar für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen es überraschend war, wie stark der Unterschied ist zwischen diesen zwei Limits. Zum Beispiel hat man herausgefunden, ihr seht immer links das Szenario mit 1,5 Grad, rechts das Szenario mit 2 Grad, dass im Szenario mit 2 Grad viel mehr Menschen von dieser extremen Hitze betroffen sein werden. Ich muss jetzt Kassel ein bisschen auf die Seite schieben. 2,6 Mal mehr Menschen werden global mindestens einmal alle fünf Jahre von extremer Hitze betroffen sein werden. Das bedeutet aber nicht nur, extreme Hitze wird zunehmen, sondern auch ein Vielfaches an Extremwetterereignissen überhaupt. Das heißt, Überflutungen nehmen heute schon zu. Ihr seht es an der Zeitskala unten, das ist von 1950 bis 2017. Das heißt, es ist nicht eine Zukunftsprognose, sondern das, was tatsächlich schon eintritt. Überflutungen sind 15 Mal häufiger. Dürre und Waldbrände sind sieben Mal häufiger. Extreme Temperatureignisse eben 20 Mal häufiger. Und das zeigt schon, was es für einen Impact hatte zwischen 1950 bis heute, was ja schon arg ist eigentlich. Und zeigt uns aber auch, womit wir rechnen müssen, wenn wir weitermachen. Denn jetzt gerade liegt die Erderhitzung ja nur bei 1,1 Grad über dem vorindustriellen Zeitalter. Das heißt, wir reden ja noch nicht einmal von den 1,5 bis 2 Grad. Jetzt muss ich weiter schalten. Diese 1,5 bis 2 Grad ist aber auch der Unterschied, ob die Arktis alle 100 Jahre einmal abschmelzen wird, und zwar vollständig, oder alle 10 Jahre. Das heißt, im 2-Grad-Szenario werden wir in unserem Leben periodisches Abschmelzen der Arktis erleben. Aber es ist auch der Unterschied, ob wir auf der Erde überhaupt noch Korallenriffe haben werden oder gar keinen mehr. Im 2-Grad-Szenario werden 99% der Korallenriffe sterben. Da denkt man sich jetzt, Puh, Korallenriffe haben ja mit mir nichts zu tun. Ich bin ja in Österreich, das ist ja ganz gemütlich. Wir haben kein Meer. Was sollte mich das interessieren? Aber Korallenriffe sind so ein bisschen wie der Regenwald des Meeres. Das sind tatsächlich die Orte, wo die Biodiversität quasi floriert. Ganz viele Brutstätten von Fischen, aber auch anderen Meereslebewesen sind dort. Das heißt, die Vielfalt, die es im Meer gibt, gibt es auch aufgrund von Korallenriffen. Das heißt, das hat einen riesigen Effekt auf unsere Meere. Aber, und das ist das, was mich auch überzeugt hat, oder was viele in der Klimabewegung so mit Angst erfüllt, ist, dass es sogenannte Kipppunkte gibt. Links seht ihr den Permafrostboden. Es wird viel mehr Permafrostboden auftauen unter dem 2-Grad-Szenario. Permafrost sind durchgehend gefrorene Böden, die zum Beispiel in Gletscherregionen vorkommen. Es gibt auch welche in Österreich, aber vor allem in Sibirien zum Beispiel gibt es ganz große Flächen von Permafrostböden. Wenn die auftauen, wird Methan freigesetzt. Methan ist sehr klimawirksames Treibhausgas, noch wirksamer auf kurze Zeit gerechnet als CO2. Heizt dann wieder quasi die Klimaerwärmung an. Es wird wärmer, mehr Permafrostboden schmilzt, mehr Methan geht in die Atmosphäre. Das heißt, das sind solche Rückkopplungsprozesse, positiv beschleunigt, dass die Klimakrise, aber auch eben die arktische Eiskappe, die abschmilzt, wo ich vorher schon erwähnt habe, das führt auch dazu, dass die weiße Fläche auf der Erde abnimmt. Weniger weiße Fläche heißt, mehr Wärme wird absorbiert statt abgestrahlt. Es wird wärmer, etc. Das heißt, von diesen Prozessen, von diesen Kettenreaktionen oder Kipppunkten gibt es mehrere auf der Welt. Vielleicht habt ihr davon schon einige kennengelernt, auch in der letzten Vorlesung. Für mich war es nur ein Punkt, wo ich wirklich aufgewacht bin, weil diese Rückkopplungsprozesse und diese Kipppunkte viel wahrscheinlicher werden im Zwei-Grad-Szenario. Das bedeutet, wir bewegen uns gerade eigentlich auf so einer Art Rollbahn. Man sieht da hinten die Erde, wie sie jetzt in dem Polozeen relativ stabil in seiner Bahn irgendwie dahin kugelt. Man kann sich das wie eine Murmel vorstellen. Und jetzt sind wir aus dieser Bahn ein bisschen rausgekommen und jetzt ist gerade die Entscheidung, ob wir ein weiteres stabilisiertes Erdzeithalter erreichen können oder ob wir über solche Kipppunkte drüberfallen, in einen Runaway Climate Change, also in einen sich selbst verstärkenden Klimakrise kommen und dann runterfallen in ein Hot House Earth. Dann reden wir nicht mehr von 1,5, 2 Grad, sondern dann reden wir von 3, 4, 5, 6 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Warum sage ich das jetzt alles? Weil es einen riesen Unterschied macht, für welche Zukunft wir uns entscheiden. Und wenn man sich die jetzigen Projektionen anschaut, ist das Bild nicht besonders groß. Nach der Klimakonferenz jetzt in Glasgow, der 26. COP, haben sich verschiedene Institutionen ausgerechnet, wo man hinkommt, wenn man die jetzig gesetzten Policies weiterverfolgen würde. Wo man in der Temperaturkurve hinkommt, wenn man alle Versprechen, die die Staaten gegeben haben, mit einberechnet. Und auf der rechten Seite seht ihr, wo wir dann landen werden. Eben die jetzigen Policies bringen uns auf eine Erwärmung von ungefähr 3 Grad. Die versprochenen Maßnahmen, die gesetzt werden, wenn sie gesetzt werden, die sind ja noch nicht einmal gesetzt, würden uns auf ungefähr 2,4 Grad bringen. Optimistische Aussichten gibt es auch. Also wenn man quasi alles mit einbezieht, auch die Net Zero Targets, selbst wenn sie eben, wenn jemand sagt, wir werden 2050 klimaneutral, selbst wenn das noch nicht mit Maßnahmen unterfüttert ist. Wenn man all das mit einberechnet, dann sind wir trotzdem näher an den 2 Grad. Und in Gelb und in Grün seht ihr den Verlauf für ein 2 Grad konsistentes Ziel oder 1,5 Grad. Das heißt, wir sind da weit davon entfernt, noch immer, selbst wenn wir die Versprechen einhalten, die wir gegeben haben. Aber das, was ich positiv finde an dieser Grafik ist, es zeigt, wir haben das in der Hand. Welchen Verlauf wir da einschlagen, welche Erwärmung uns am Ende des Jahrhunderts begegnen wird, das ist eine menschliche Entscheidung. Die muss von uns gesetzt werden und da komme ich eigentlich schon zu den quasi nicht mehr naturwissenschaftlichen Phänomenen, sondern den menschlichen Phänomenen. Ich habe naturwissenschaftlich begonnen, ich habe Zoologie studiert mit Schwerpunkt Biologie, mit Schwerpunkt Zoologie. Ich habe dann einen Naturschutzmaster angefangen in England, weil ich mir gedacht habe, irgendwie will ich was Angewandteres studieren, irgendwie will ich was dazu beitragen. Ich habe mir damals auch angeschaut, wie sich die Lebensräume von Tieren verschieben mit der Klimakrise. Das heißt, ich habe schon sehr viele Zahlen, Daten, Fakten über die Klimakrise gewusst. Und trotzdem hat es länger gedauert, bis ich aktiv geworden bin. Für mich war der erste Schritt die Erkenntnis, dass viele der Fakten, die wir schon haben in der Wissenschaft, überhaupt nicht in der Politik ankommen. Das heißt, diese ganzen Projektionen, aber auch die Lösungen der Klimakrise, nicht nur die Folgen der Klimakrise. Also vieles liegt schon auf dem Tisch, vieles wurde einfach von der Politik nicht aufgegriffen. Und für mich war das der erste Punkt des Ärgernisses, wo ich mir wirklich gedacht habe, da muss man jetzt irgendwas tun. Irgendwie müssen wir an die Politik hereinkommen. Und als ersten Schritt habe ich mir gedacht, mache ich ein Praktikum bei der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Das sind die, die jedes Jahr die Klimagipfel organisieren. So wie eben jetzt der letzte in Glasgow. Ich war damals 2018 am Klimagipfel in Katowice in Polen. Und für mich war das irgendwie so, bevor ich hingefahren bin, war das der Ort, wo mutige Klimapolitik entschieden werden sollte. Weil wo, wenn nicht dort, wo über 190 Staaten zusammenkommen, kann wirklich etwas vorangehen. Habe ich mir gedacht. Aber dann war ich dort und habe gesehen, wie groß die Diskrepanz zwischen dem ist, was gemacht werden sollte und dem, was wirklich weitergeht auf so einer Konferenz. Es ging dann um sehr technische Details, wie wem welche Emissionen angerechnet werden, ob der Flugverkehr überhaupt irgendjemandem angerechnet wird, wie Emissionszertifikate funktionieren, aus dem Kyoto-Protokoll übernommen werden etc., ob irgendeine Datenbank eine Suchfunktion haben soll. Also sehr, sehr technische Details. Und vor den Konferenzsälen saßen Aktivistinnen und Aktivisten aus der ganzen Welt. Aus Inselstaaten, aus Ländern des globalen Südens. Und mit ihnen zu sprechen, hat mich wirklich berührt nochmal. Weil man kann so viele Zahlen, Daten und Fakten wissen, wie man will. Für mich hat es den Schritt gebraucht, mit diesen Menschen zu reden. Menschen, die mir sagen, hey, das, was ihr da entscheidet, das, was in diesen Hallen entschieden wird, das wird darüber entscheiden, ob ich noch eine Insel haben werde, auf der ich lebe oder nicht. Das wird entscheiden, ob ich aus meiner Heimat flüchten muss. Viele aus Ländern des globalen Südens haben gesagt, heute flüchten schon Leute von uns vom Land weg in die Stadt, weil sie vor Ort nichts mehr anbauen können. Weil ihnen die Felder wegsterben. Und dieser Bericht 2018 hat noch quasi eine Staukel draufgelegt, weil er gezeigt hat, dass der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad hunderte Millionen mehr Menschen bedeuten, die von Armut betroffen sein werden. Hunderte Millionen mehr Menschen, die flüchten müssen. Und das in Kombination hat mir einfach gezeigt, dass wir hier nicht über ein ökologisches Problem reden, sondern über ein menschliches Problem, über ein Problem, ein politisches Problem, das wir aber lösen können. Ich habe dann mit zwei Freunden gemeinsam geschlossen, einen Schritt weiter zu gehen, aus unserer Komfortzone rauszugehen. Wir haben vorher noch nie etwas derartiges gemacht, aber wir haben uns zum Schritt entschlossen, eine Bewegung nach Österreich zu holen. Weil ich gesehen habe, oder wir alle gesehen haben, dass Aktivismus das ist, was es jetzt braucht. Menschen, die aufstehen, die sich dafür einsetzen, dass die Veränderungen, die wir brauchen, auch passieren. Und dann haben wir am 21. Dezember die erste Demo am Heldenplatz angemeldet 2018. Es war furchtbar kalt, wir haben alle gefroren. Wir haben auch noch die großartige Idee gehabt, das sechs Stunden lang zu machen. Und Gott sei Dank hatten wir ein paar Leute Thermoskannen mit. Das hat sehr geholfen. Jedenfalls drei Monate später ist dieses Bild aufgenommen worden. Am 15. März 2019 war dann der erste weltweite Klimastreik. In fast allen Ländern der Welt sind zu diesem Tag Menschen auf die Straße gegangen. Das macht den Fridays for Future Protest zu dem globalsten Streik überhaupt. Und Teil dieser Geschichtsschreibung zu sein. Und über diese Köpfe, ihr seht es ja jetzt selber, ich bin da übrigens rechts unten, wie mit den roten Haaren, da bei der Bühne. Über diese Köpfe zu schauen und zu sehen, da setzen sich gerade viele Leute ein. Es stehen 35.000 Leute waren mir damals am Heldenplatz. Es stehen so viele Leute auf, um sich einzusetzen. Das hat mir enorme Kraft gegeben. Und wofür müssen wir uns einsetzen, dass sich die Klimapolitik ändert? Links seht ihr jetzt einen Pfad zum Netto-Null-Ziel. Wenn wir 2040 Klimaneutralität erreichen wollen, das ist der türkise Pfad, dann müssen die Treibhausgasemissionen eigentlich relativ schnell sinken. Auf der rechten Seite seht ihr das, was bisher geschah, nämlich wenig. Österreich hat seit 1990 nicht geschafft, die Treibhausgasemissionen zu senken. Wir sind damit unter den Schlusslichtern der Europäischen Union. Das muss ich jetzt weiter schalten. Wir sind damit unter den Schlusslichtern der Europäischen Union. Nur vier andere Länder haben es auch nicht geschafft, ihre Treibhausgasemissionen seit 1990 zu senken. In grün seht ihr da in der Mitte die durchschnittliche Abnahme an Treibhausgasemissionen. Das heißt, im Durchschnitt hat es jedes europäische Land ungefähr geschafft, die Treibhausgasemissionen um 20% zu senken. Österreich nicht. Und dann geben wir uns sehr oft als Klimaschutzvorreiter, als Umweltmusterland oder was man auch immer hört von Politikerinnen und Politikern. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Wir haben da einige Hausaufgaben zu machen. Und deswegen erhebe es mich persönlich immer, wenn ich auf solchen Klimakonferenzen dann wie jetzt diesen Glasgow sehe, wie ein Bundeskanzler sich hinstellen kann und sagen kann, wir tun eh schon alles. Jetzt müssen mal Indien und China, Indien und China haben übrigens auch Verantwortung. Darüber können wir nachher noch diskutieren. Aber wir haben unsere Hausaufgaben einleitig auch nicht gemacht. Aber was bräuchte es jetzt, um diese Emissionen, so wie ich es gesagt habe, runterzubringen, bis 2040 klimaneutral zu werden? Ihr müsst euch das alles nicht merken. Ich werde da jetzt ein bisschen drüber reden, was es für Lösungen geben könnte. Und einfach nur, damit ihr die Tragweite dieses Klimaproblems irgendwie auch sehen könnt. Das ist übrigens keine Liste mit allem, was es braucht. Natürlich braucht es noch viel mehr darüber hinaus. Aber es deckt für mich so ungefähr das ab, was jetzt essentiell wäre. Auf der einen Seite brauchen wir eine Energiewende. Was heißt das? Wir müssen statt Strom und Wärme aus fossilen Energien zu beziehen, das aus erneuerbaren Energien machen. Im Strombereich heißt es eigentlich mehr oder weniger eins zu eins auf erneuerbare Umständen, Grünstrom beziehen. Im Wärmebereich ist es ein bisschen komplizierter. Wir haben in Österreich noch immer 600.000 Ölheizungen und eine Million Gasheizungen. Und das stellt uns vor die Herausforderung, dass alle diese Heizsysteme natürlich getauscht werden müssen, wenn wir es ernst meinen mit Klimaneutralität 2040. Das heißt, es braucht natürlich Sanierungen, es braucht einen Heizkesseltausch in vielerlei Hinsicht. Es braucht erneuerbare Wärme. Was uns aber darüber hinaus braucht, neben Strom und Wärme und Gebäudebestand sanieren und eben neue Heizsysteme einbauen, ist eine Verkehrswende. Das heißt, wir müssen, in Österreich hat Verkehr den größten CO2-Fußabdruck. Ein Drittel unserer Emissionen sind aus dem Verkehr. Das heißt, das ist das große Sorgenkind. Da müssen wir viel machen. Wir müssen einerseits von individueller Mobilität mehr auf öffentlichen Verkehr setzen. Öffentliche Verkehrsmittel ausbauen, Zug, Bahn, Bus etc. So viele Menschen wie möglich mit so wenig Ressourcen wie möglich von A nach B bringen. Aber natürlich braucht es da verschiedene Lösungen für Stadt und Land. Und auch darüber können wir gerne später diskutieren. Es gibt schon sehr viele Optionen, wie man da klimafreundliche Lösungen für die verschiedenen Gebiete finden kann. Ich bin zum Beispiel ganz klar der Meinung, dass autofreie Städte braucht und dass wir die uns ganz einfach vorstellen können. Zum Beispiel in Wien meiner Meinung nach braucht man kein Auto mehr. Dass es in manchen ländlichen Regionen aber anders ist, das bezweifelt niemand. Und da muss man natürlich andere Lösungen finden. Gerade Lösungen für die letzte Meile. Also wie komme ich von meinem Zuhause zum Bahnhof, Busbahnhof oder wieder zurück. Und auch dafür gibt es schon gute Lösungen. Aber es braucht auch, weil wenn wir sagen, wir haben das Paris-Klima-Abkommen unterzeichnet, eigentlich haben sich da viele Staaten darauf geeinigt, dass wir da jetzt die Erderhitzung auf 1,5 Grad beschränken. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, wir haben nur noch ein gewisses CO2-Budget zur Verfügung. Also ein Budget an Emissionen, die wir jetzt noch in die Atmosphäre einbringen dürfen, um dieses Limit nicht zu überschreiten. Und dieses CO2-Budget kann man auch auf Österreich unterrechnen. Also man kann sich ausrechnen, dieses Budget hat Österreich noch anteilsmäßig zur Verfügung. Und das festzuschreiben und einen Reduktionspfad, so wie ich es vorher gezeigt habe, also ein Absinken der Emissionen für jedes Jahr festzulegen mit Zwischenzielen, das wäre eine Aufgabe eines Klimaschutzgesetzes. Wir haben in Österreich aber gerade kein gültiges Klimaschutzgesetz. 2020 ist das letzte Klimaschutzgesetz ausgelaufen. Jetzt gerade haben wir keine national gültigen Ziele. Es wird jetzt gerade ein neues Klimaschutzgesetz verhandelt, aber das ist zum Beispiel etwas, wo wir uns jetzt alle einbringen müssen, damit es halbwegs gut und wissenschaftlich fundiert ausschauen kann. Dann muss dieser Reduktionspfad natürlich unterfüttert sein mit Maßnahmen. Also wie komme ich auf diese Reduktion jedes Jahr? Die müssen von Bund und Ländern und Unternehmen gesetzt werden. Es braucht eine ökosoziale Steuerreform. Das, was wir jetzt haben und beschlossen haben, reicht bei weitem nicht. Jetzt wurde beschlossen ein CO2-Preis von 30 Euro pro Tonne, startend mit 2022. Sehr viele wissenschaftliche Studien zeigen, dass ein Lenkungseffekt, also quasi ein Lenken vom klimaschädigenden Verhalten zum klimafreundlichen, ab ungefähr einem CO2-Preis von 50 bis 60 Euro pro Tonne startet. Meistens wird davon ausgegangen, dass wenn man irgendwo in Richtung Kostenwahrheit gehen will, also quasi die Kosten, die man durch CO2 verursacht, die Schäden, die dadurch entstehen, die an der Gesellschaft jetzt, die die Gesellschaft jetzt zahlen muss, wenn man die einpreisen würde, schon vorher, dass man mindestens auf einen CO2-Preis von über 200 Euro pro Tonne kommen würde. In manchen Berechnungen sogar 640 Euro, 830 Euro, je nach Studie. Aber auf jeden Fall sehr hoch. Das hat auch einen Sinn, weil wir wollen ja eben lenken, vom klimaschädigenden zum klimafreundlichen. Die jetzige ökosoziale Steuerreform wird mit 30 Euro pro Tonne begonnen. Bis 2025 wird sie auf 50 Euro pro Tonne steigen, 55, glaube ich. Das heißt, sie fängt erst dann an, ein bisschen zu wirken. Und das ist viel zu spät. Außerdem muss man sich bei einer Steuerreform auch anschauen, dass wir klimaschädigende Subventionen abschaffen. Das heißt, wir stecken heute noch immer in Österreich 4,7 Milliarden in klimaschädigende Förderungen. Wir fördern also noch immer das Falsche. Diese Förderungen sind so Sachen wie das Dieselprivileg, also das Diesel weniger kostet als Benzin. Die Kerosinsteuerbefreiung, also das Treibstoff von Flugzeugen, weniger kostet als, also ganz besteuert wird. Das Dienstwagenprivileg, also das für Dienstwegen steuerliche Begünstigungen hat, etc. Also da fallen ein paar Subventionen drunter. Das sind noch immer 4,7 Milliarden ungefähr. Es gibt noch immer keine vollständige Liste, die wir ins Falsche stecken. Und dann jubeln auf der anderen Seite Menschen über eine Klimaschutzmilliarde, wo wir 4,7 Milliarden in das Falsche ausgeben, für das Falsche ausgeben. Das geht sich irgendwo nicht aus. Zusätzlich müssen wir aber auch natürliche Lösungen mitdenken. Das sind Moore zum Beispiel, also mit Renaturierung von Mooren kann man an CO2 binden. Moore speichern und binden sehr viel CO2 aus der Luft, genauso wie Wälder, also sogar noch mehr als Wälder, aber auch Wälder und Grünflächen sind Teil der Lösung. Also an Renaturierungen denken. Wir haben in der Geschichte Österreichs leider sehr viele unserer Moore kaputt gemacht und zerstört. Die wieder zu renaturieren, Flüsse an die Oberfläche zu bringen, Grünflächen anzulegen, Wälder dort, wo sie mal waren, nachzupflanzen in einer naturverträglichen Art und Weise kann Teil der Lösung sein. Wir brauchen aber auch ein Hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Jetzt gerade wirtschaften wir sehr linear. Auf der einen Seite bauen wir Ressourcen ab, wir machen sie zu irgendwelchen Produkten und diese Produkte schmeißen wir dann am besten irgendwo auf den Müll. Das heißt, wir haben auf der einen Seite extremen Ressourcenverbrauch, auf der anderen Seite eine extreme Müllproduktion. Und jetzt meine ich mit Müll auch natürlich CO2 in der Atmosphäre, es ist eine Art von Müll, aber natürlich auch das Plastik, das wir überall sehen. Dahinhin zu einer Kreislaufwirtschaft, also eben Produkte erst so zu produzieren, dass sie lange haltbar sind, dass sie reparierbar sind und immer wiederverwendet werden können, dass Dinge, Einzelteile ausgetauscht werden können und dass sie am Ende ihres hoffentlich langen Lebens wieder in den Zyklus eingespeist werden können, also dass es zum Beispiel auseinandergenommen werden kann, das Metall und der Elektroteil und was weiß ich wiederverwendet werden kann. Das ist auch ein Teil der Lösung. Und es braucht Lieferkettengesetze. Das klingt jetzt wieder so sperrig, ich versuche es zu erklären. Lieferkettengesetze sind Gesetze darüber, was für Produkte oder Produkte auf welcher Produktionskette bei uns verkauft werden dürfen und welchen Standards die entsprechen müssen. Wir können in ein Lieferkettengesetz zum Beispiel reinschreiben, in Österreich dürfen nur noch Produkte verkauft werden, die bestimmten sozialen Standards entsprechen, zum Beispiel keine Kinderarbeit in ihrer Lieferkette befürworten oder eben anfördern. Aber es können auch Umweltstandards eingebaut werden, eben eine gewisse CO2-Intensität oder dass kein Regenwald dafür abgeholzt wurde, etc. Mit diesen Lieferkettengesetzen könnten wir auch über unsere Grenzen hinaus wirken und nicht nur, weil ja immer die Frage ist, was kann Österreich schon tun, wir sind so klein. Diese Lieferkettengesetze wirken eben auch in all unseren Lieferketten. Da wir ein sehr globalisiertes Wirtschaftssystem haben, heißt es auch, dass die Menschen, die dann zum Beispiel in Europa bestimmte Produkte verkaufen, wollen sich auch an diese Standards halten. Und den ersten Punkt, den habe ich jetzt nicht vergessen, der führt nur nicht eins zu eins zur Einflussgasemissionsreduktionen, ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung. Warum ist das so wichtig? Weil man sieht jetzt rund um die Welt, ihr habt es sicher auch alle mitbekommen, in den Verklagen. Und wenn wir Rechte festschreiben, dann ist das Schöne, dass der Staat, also Grundrechte basieren immer auf zwei möglichen Konsequenzen. Entweder hat der Staat Unterlassungspflichten, zum Beispiel bei Privatsphäre-Rechten. Also ich habe das Recht, dass der Staat nicht auf meine Daten zugreift oder dass es nicht ein Dritter weitergegeben wird. Oder er hat, es ist ein Leistungsgrundrecht. Also der Staat muss dafür etwas leisten. Und wenn wir so ein Leistungsgrundrecht in unserer Verfassung verankern würden, dann bedeutet das, dass der Staat etwas dafür leisten muss, Klimaschutz zu betreiben und die zukünftigen Generationen oder den zukünftigen Generationen auch eine intakte Umwelt zu hinterlassen. Ich frage jetzt nur kurz in die Runde, irgendwer hat sein Mikro noch eingeschalten und da hört man immer wieder so Nebengeräusche. Also vielleicht kann das diejenige, derjenige abschalten. Und wenn ihr Fragen habt, immer Fragen auch schon gerne in den Chat stellen oder so irgendwas. Wir haben nachher noch Zeit, die Fragen zu beantworten. Gut. Was braucht es, um diese Forderungen, die ich jetzt gestellt habe, umzusetzen? Einer der Schritte war das Klimavolksbegehren. Das hat nicht alle diese Forderungen in sich getragen. Aber ich habe jetzt mir gedacht, ich werde mal einen größeren Blick auf die Problematik schaffen mit euch. Das Klimavolksbegehren hat vor zweieinhalb Jahren gestartet. Wir haben Forderungen ausgearbeitet, eben mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wir haben eine Kampagne gefahren, wir haben eine Unterschriftenphase gehabt, das sind 380.590 Menschen unterschrieben. 100.000 Unterschriften braucht man in Österreich für die Behandlung im Parlament. Also sobald 100.000 Menschen ein Volksbegehren unterschrieben haben, muss das im Parlament behandelt werden. Es muss allerdings nicht mehr damit passieren. Und da haben wir eben Angst davor gehabt, dass es uns wie vielen anderen Volksbegehren geht, dass unsere Forderungen mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt werden und nicht mehr gehört werden. Deswegen haben wir extra Gesetzesvorschläge ausgearbeitet, also unsere Forderungen auch in juristische Texte gegossen, damit wir mehr oder weniger eine Serviceleistung für Parlamentarierinnen haben, um ihnen zu zeigen, so könnte es gehen. So könntet ihr diese Forderungen, die wir haben, auch im Gesetz niederschreiben. Wir haben dann eben mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern, mit den Umweltsprechern der Parteien geredet, mit den Regierungsparteien und wurden dann in drei öffentlichen Umweltausschusssitzungen behandelt. Warum ist das so wichtig? Die Umweltausschusssitzungen waren öffentlich, und zwar zum ersten Mal öffentlich und wurden auch live gestreamt. Ihr habt es sicher alle mitbekommen, es gibt im Parlament verschiedene Ausschüsse. Zum Beispiel der Ibiza-Untersuchungsausschuss ist so einer, der ist wahrscheinlich der bekannteste. Aber zu jedem Thema, das die Politik behandelt, gibt es einen Ausschuss. Also es gibt einen Umweltausschuss, es gibt einen Energieausschuss, es gibt einen Verkehrsausschuss, es gibt einen Sozial- und Gesundheitsausschuss etc. Das sind mehr oder weniger verkleinerte Parlamente. Also von jeder Partei sitzen in der Stärke der Partei Menschen da drinnen, aber nicht der ganze Nationalrat. Und diese Ausschusssitzungen sind normalerweise ohne Öffentlichkeit. Das heißt, da können wir als Bürgerinnen und Bürger, die die Politikerinnen gewählt haben, nicht zuschauen. Wir haben es aber geschafft, dass die Behandlung des Klimavolksbegehrens, da sie ein Volksbegehren war, das erste Mal öffentlich abgehalten wurde. Und am 26.03. wurde dann ein Entschließungsantrag durchgebracht, im Parlament, der von ÖVP, Neos und Grünen unterstützt wurde. Und der einige unserer Forderungen enthält. Nicht alle Forderungen, aber einige von unseren Forderungen stehen da drinnen. Und vielleicht noch kurz, was ist überhaupt ein Entschließungsantrag? Ich gehe da wieder kurz zurück. Ein Entschließungsantrag ist ein Antrag an die Bundesregierung. Also das Parlament beschließt, da steht drinnen, die Bundesregierung wird aufgefordert, XYZ zu beschließen. XYZ in dem Fall sind ein paar andere Forderungen. Und jetzt ist die Phase, wo wir mehr oder weniger darauf warten, natürlich nicht nur warten, sondern wirklich auch als Aktiv dazu beitragen, dass wir uns sehr gerne, dass das auch wirklich in Gesetze gegossen wird und umgesetzt wird, weil da sind wir noch ziemlich weit hinten. Ich will jetzt auf ein paar Ausreden eingehen, die mir so ein bisschen auf die Nerven gehen, wenn es um politischen Aktivismus, aber auch wenn es um Zivilbevölkerung und Engagement geht. Das eine ist der Satz, wir müssen die Menschen mitnehmen. Die Menschen sind noch nicht dabei, wir können den Klimaschutz nicht machen, weil quasi die Menschen sind zu dumm dafür. So habe ich das immer aufgefasst. Und das stimmt nicht. Bei allen Umfragen, inklusive Umfragen, die während Corona gemacht wurden, erst vor kurzem wieder eine, wird die Klimakrise als die dringendste Krise unter der österreichischen Bevölkerung wahrgenommen. Selbst wenn man fragt nach bestimmten Maßnahmen, die gesetzt werden sollen, sind meistens mehr als eine Mehrheit dafür. Links oben Sätze zum Beispiel, sollte die Regierung ihrer Meinung nach mehr für Klimaschutz tun, 81 Prozent dafür. Links unten soll die Regierung um einen klaren Plan zur Reduktion der CO2-Emissionen vorlegen, also diesen Reduktionspart, den ich vorher vorgestellt habe, 87 Prozent dafür. Sogar rechts unten, die Steuerreform, selbst wenn man es negativ formuliert, klimaschädigendes Handeln sollte bepreist werden, sind 72 Prozent der Menschen dafür. Da, wo man normalerweise sagen würde, naja, aber neue Steuern können Sie ja alles nicht einführen. Die Mehrheit der Menschen, nicht einmal nur über 50 Prozent, drei Viertel der Menschen sind dafür, das zu tun. Das hat zu der Schlagzeile auf der rechten Seite geführt, kurz vor unserem Antrag, hat die Kronenseitung getitelt, Regierung schützt das Klima zu wenig. Und ich muss ehrlich aus meiner Beobachtung sagen, dass das in unseren Verhandlungen schon viel gebracht hat, zu dem Antrag, zu merken, dass schön langsam das Bewusstsein steigt, dass es hier darum geht, dass die Politik was macht und nicht, dass die Menschen nicht mehr dabei sind. Ein weiteres Thema ist, Klima und soziale Themen gegeneinander auszuspielen. Da wir sinnbildlich quasi eine Grafik aus einer Oxfam-Studie, wo gezeigt wird, dass die reichsten 10 Prozent dafür verantwortlich sind, über 50 Prozent der Emissionen verantwortlich sind. Hingegen sind die ernsten 50 Prozent nur für ungefähr 10 Prozent der Emissionen verantwortlich. Und das zeigt, dass die, die am wenigsten dazu beitragen, nämlich die ernsten in unserer Gesellschaft, das gilt übrigens global wie national, das gilt auch in Österreich, gibt es eine ähnliche Verteilung, sie ist nicht ganz so krass, aber sie ist sehr, sehr ähnlich aufgestellt, dass die, die am wenigsten dazu beitragen, dass die Klimakrise existiert, meistens die sind, die am meisten betroffen sind. Ich habe vorher schon von den Ländern des globalen Südens geredet, Inselstaaten etc. Aber auch in Österreich, die, die sich keine gut gedämmten Wohnungen leisten können, die, die vielleicht unter freiem Himmel arbeiten müssen, in der Landwirtschaft, die Erntehelferinnen, Erntehelfer sind, die, die am Bauarbeiten müssen, bei 36 Grad in der Sonne etc. das sind meistens die, die am meisten betroffen sind und am wenigsten dazu beitragen. Das heißt, das gegeneinander auszuspielen, finde ich immer ein bisschen unfair, man muss auch immer hinhören, wer das gerade macht, weil meistens sind es die Menschen, die in der Politik schon in den letzten 40 Jahren nichts in der sozialen, also nichts für die soziale Politik getan haben, die dann sagen, naja, jetzt müssen wir aber aufpassen, bei Klimapolitik müssen wir irgendwie einen Schritt zurückgehen, weil das sonst soziale Verwerfungen mit sich bringt. Was nicht heißt, dass man nicht bei allen Maßnahmen darauf achten müsste. Zum Beispiel bei der vorher erwähnten ökosozialen Steuerreform ist der soziale Teil schon ganz wichtig, weil man hat gesehen, in anderen Ländern, wenn man nur einen CO2-Preis einführt, dann belastet das gering verdienende Haushalte prozentuell zu ihrem Einkommen mehr als reiche Haushalte. Das heißt, da einen Mechanismus, wie eben jetzt zum Beispiel einen Klimabonus einzuführen, ist vollkommen gut und richtig und auch zum Beispiel sozial gering verdienende Haushalte zu unterstützen bei Heizkesseltausch etc. Aber das muss natürlich gemacht werden, ich mag nur nicht, das gegeneinander auszuspielen, ohne Gegenvorfläche zu machen, weil das meistens einfach ein Bremser-Argument ist. Ein weiteres Argument, das sehr oft ausgepackt wird, ist, dass das kostet so viel. Klimaschutz kostet so viel. Was können wir uns nicht leisten etc. Das Climate Change Center Austria, das CCCA, hat errechnet, wie viel wir jetzt schon mehr oder weniger in die Klimakrise stecken. Also was für Geld von uns, von unserem Steuergeld, in die Klimakrise investiert wird, statt in Klimaschutz. Und da sind auf der einen Seite 8 Milliarden Euro, die wir für fossile Energieimporte ausgeben, das heißt, die wir zum Beispiel an Saudi-Arabien, die wir in Russland und andere Länder zahlen, um fossile Brennstoffe nach Österreich zu holen. Das ist auch eine Art Wertschöpfungsverlust vor Ort, weil die 8 Milliarden werden nicht bei uns investiert, sondern eben nur bezahlt. 4 Milliarden, habe ich vorher schon gesagt, fließen ungefähr in klimaschädigende Subventionen. 2 Milliarden haben wir heute schon, geben wir heute schon für Klimaschäden aus. Das sind zum Beispiel eben Überflutungsschäden, das sind Brandschäden, das sind für Murenabgänge etc. Also alle Reparaturkosten, alle Schadenskosten, Ernteausfälle, geben wir heute schon 2 Milliarden Euro für Klimaschäden aus, eine Milliarde Euro für Anpassungskosten. Das sind insgesamt 15 Milliarden Euro, die wir im Jahr 2020, also jetzt schon, in die Klimakrise investieren, also ins Weiterbrinden in dieser Klimakrise und bis 2050 werden das mindestens 24 Milliarden Euro sein. Ich weiß, das klingt extrem viel und niemand kann das irgendwie einordnen, aber das ist ungefähr so viel, wie wir für Bildung ausgeben in unserem Land. Und das ist schon absurd. Warum sollte das einfach, dieses Geld einfach quasi ins Falle fließen, während wir dieses Geld auch nehmen könnten und in den Klimaschutz investieren? Zusätzlich kommen nämlich da auch noch dazu die Milliardenkosten, die drohen bei Klimazielverfehlung. Wir müssen nämlich, wenn wir unsere Klimaziele verfehlen, Zertifikate nachkaufen und das ist ungefähr in Milliardenhöhe, während die Kosten für die Klimawende, das hat das Wegener Center in Graz berechnet, ungefähr 4 Milliarden Euro pro Jahr kosten würden. Das heißt, pro Jahr bräuchten wir nur mehr oder weniger die klimaschädigenden Subventionen anders einzusetzen, um die Klimawende zu erzielen. Das heißt, dieses Argument mit das kostet zu viel ist einfach fehlgeleitet. Und mir geht eben dieses Kurs auch ab, worauf sich mein Buchtitel bezieht oder der Buchtitel vom Buch, das ich gemeinsam mit Florian Schlederer geschrieben habe. Ändert sich nichts, ändert sich alles. Es wird am meisten kosten, nichts zu tun. Es wird, wir werden auf alles verzichten müssen, wenn wir nichts tun und nicht handeln. Jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet über drohende Szenarien, über das, was die Politik nicht tut, über das, was eine Klimakrise kostet beziehungsweise eine Klimawende kostet. Aber das Schöne an der Klimakrise, an der Klimawende ist, dass wir es schaffen können und dass wir in eine Zukunft steuern können, die viel schöner ist, die angenehmer ist, die gesünder ist als die heutige. Das heißt, das Schöne an Klimaschutz ist, dass wir total positiv kommunizieren könnten. Es geht nicht darum, nur an kleinen Rädchen zu drehen. Eine gewonnene Klimawende, wenn wir es wirklich schaffen, Klimapolitik umzudrehen, bedeutet das eine bessere, schönere, saubere Zukunft für uns alle. Das hat nämlich damit zu tun, dass Klimapolitik verschiedenste Vorteile bringt. Einerseits regionale Wertschöpfung. In der Energie- und Verkehrswende, die ich vorher schon angesprochen habe, sind die meisten Auftragnehmer kleine und mittlere Unternehmen in Österreich. Also die, die unsere Heizkessel tauschen, die die Solaranlagen auf unserer Dächer bauen, die die Schieneninfrastruktur verlegen, etc. Das sind meistens kleine und mittlere Unternehmen. Das heißt, regionale Wertschöpfung geht rauf. Auch Kreislaufwirtschaft geht in die Richtung, weil regionale Produktion gestärkt werden, Ortskerne wiederbelebt werden, weil wir eben regional beziehen und nicht irgendwelche Supermarktketten an den Rand von irgendwelchen Städten klatschen, sondern wirklich wieder gemeinsam aus der Region Produkte beziehen können. Das hat aber auch einen Vorteil für Arbeitsplätze. In der Energiewende liegen, also in den erneuerbaren Energien, wenn wir die ausbauen, liegen in dem Feld ungefähr 81.000 bis 200.000 Jobs in Österreich. Das ist jetzt eine breite Bandbreite, das kommt auch darauf an, welche Studien man sich anschaut, aber das ist eine Menge Arbeitsplätze, die da drin liegen. In den Sanierungen liegen 136.000 Arbeitsplätze pro investierter Milliarde in Sanierungen. Das sind unglaublich viele Jobs, die eben Green Jobs sind, die zukunftsfähige Jobs sind. Dafür braucht es aber auch Ausbildungsplätze, weil das Problem, das wir jetzt gerade haben, ist, dass wir sogar in manchen dieser Bereiche einen Fachkräftemangel haben, also zu wenige Leute, die diese tollen Jobs machen könnten. Aber auch in der Verkehrswende liegen viele Jobs. Schienen, Fußwege, Radweg, Infrastruktur und verkehrsberuhigte Zonen beschäftigen eineinhalbmal mehr Menschen pro investierter Milliarde als Autostraßen. Es hat aber auch einen Vorteil für unsere Gesundheit. Wenn wir eine Verkehrswende vollziehen und eben weniger Verbrennungsmotoren auf unseren Straßen sind, dann gibt es weniger Luftverschmutzung, weniger Lärm in unseren Städten. Grünflächen in Städten mit Kühlungswirkung, gerade in Hitzesommern. Das hat man gemerkt, während Corona auch, die Leute, die jetzt aus ihrer Wohnung einmal flüchten müssen, ein bisschen rauskommen müssen, vielleicht auch für die psychische Gesundheit. Nicht jeder hat einen Garten daheim oder eine Dachterasse oder so irgendwas. Grünflächen können sowohl für die psychische, die physische Gesundheit, aber eben auch für Kühlung verwendet werden, weil der Schatten unter Bäumen ist um 5 Grad kühler als der Schatten bei einem Haus. Das ist wegen der Verdunstungskälte, also Bäume geben Feuchtigkeit ab und die Verdunstungskälte, die dann steht, die kühlt die Umgebungsluft. Wie kann man jetzt aktiv werden? Entschuldigung, bin jetzt einmal hin und her gesprungen. Und ich fange mit dieser Grafik an, weil sie enthält einen Augenzwinkern. Ich werde das dann gleich erklären. Was kann man tun, damit diese positive, diese volle Zukunft, um die ich gerade gesprochen habe, wahr wird? Und man hat auf der linken Seite Leute befragt, was sie denn für das Klima tun könnten oder welche Maßnahmen was für das Klima bringen. Und auf der rechten Seite sind die Maßnahmen nochmal aufgereicht, aber mit der Intensität, wo sie wirklich was bringen. Die meisten Leute sagen tatsächlich, kein Plastiksacker mehr verwenden ist gut gegen die Klimakrise. Das hilft sehr wenig gegen die Klimakrise, das ist aus anderen Gründen sehr gut. Also verzichtet jetzt bitte gerne auf Plastiksacker, weil es weniger Müll macht, weil weniger davon in den Meeren landet. Aber für die Klimakrise bedeutet das eigentlich nicht so viel. Auch Geräte auf Standby-Modus schalten, etc. Alles, was wir gelernt haben auf diesen Listen von NGOs, ist eigentlich nicht das Größte, was wir machen können. Den größten Effekt haben wir tatsächlich, wenn wir moderne Heizungen oder Bernebändungen einbauen. Das ist der größte Effekt. Unten rechts sieht man, was das für einen Menschen, was diese Einsparungsmaßnahmen in CO2 ausmachen. Einmal weniger fliegen ist so etwas, wo wir viel Impact haben können, weil ein Flug einen extrem großen Teil uns aus CO2-Budgets aufbraucht. Kein Fleisch mehr essen oder weniger Fleisch essen ist zum Beispiel auch eine Sache, die wir machen können, die unseren eigenen CO2-Fußabdruck reduziert. Aber, und ich habe schon darauf hingewiesen, dass das ein bisschen mit Augenzwinkern zu verstehen ist, viele dieser Sachen können wir nicht unbedingt alleine entscheiden. Ich lebe zum Beispiel in einer Mietswohnung in Wien und ich kann nicht noch einmal auf meinem Dach eine Photovoltaikanlage draufbauen, nur weil ich lustig bin oder ich kann auch nicht entscheiden, dass jetzt mein Heizsystem ausgebaut wird, weil alle Wohnungen in diesem Haus mit Gas heizen. Das heißt, das ist tatsächlich etwas, wo die Rahmenbedingungen noch nicht passen, damit ich das überhaupt diese Entscheidung treffen kann. Auch weniger fliegen. Ich habe zum Beispiel in England studiert, ich bin dort immer mit dem Zug hingefahren, das war eine bewusste Entscheidung, weil ich mir gedacht habe, ich will eben diesen Schritt fürs Klima tun. Diese Entscheidung kostet mich aber viel mehr. Ein Zug nach England kostet um die drei bis viermal so viel wie ein Flug und dauert länger. Das heißt, auch da stoßen wir an Grenzen. Auch wo Züge und Busse hinfahren, entscheide nicht ich mit meinem Konsumverhalten. Das entscheidet die Politik. Ich entscheide auch nicht, wie viel Öl, Kohle und Gas noch importiert wird. Das entscheidet die Politik. Was mich nämlich zum nächsten Bild bringt, und da will ich wieder zurückkommen, auf den Aktivismus. Wir müssten uns auch dafür einsetzen, dass sich die Politik verändert, dass diese positive, saubere, lebenswerte Zukunft für uns überhaupt möglich ist und dass es uns möglich gemacht wird, sie zu leben. Weil wir leben jetzt gerade in einem sehr absurden System, wo klimafreundliches Verhalten nicht die Norm ist, weil man mehr zahlen muss, weil man mehr Zeit aufwenden muss, weil es dann auch bis zu einem gewissen Grad zu Privileg wird, weil ich muss es mehr leisten können. Und klimastetigendes Verhalten immer die Norm ist, das Go-To, das leichteste, das bequemste, das, wofür ich mich entscheiden kann. Diese Logik in unserem System müssen wir umdrehen, denn erst dann wird allen Menschen möglich, sich überhaupt für die klimafreundliche Varianten zu entscheiden und das zu ermöglichen, das ist die Aufgabe der Politik. Aber wir können uns in Teil dazu beitragen, indem wir uns zusammenschließen, jede gute Klimaveranstaltung hat ja am Ende die Frage, was kann jeder Einzelne jetzt tun, einzeln bleiben. Und ich würde gerne das tatsächlich mitgeben, und ich glaube, sich zusammenzuschließen ist ein Teil der Lösungen. Das heißt, Bewegungen mitzumachen, bei Fridays for Future, beim Klimavolksbegehren, Volksbegehren zu unterschreiben, Petitionen zu unterschreiben, sich zu überlegen, wie man das das nächste Mal wählt, sich in der eigenen Stadt zusammenzuschließen, in der Gemeinde, im Bezirk, zum Bürgermeister zu gehen und zu fragen, was macht denn meine Gemeinde bitte für Klimasturz? Wo sind wir 2040 klimaneutral? Briefe zu schreiben, an Politikerinnen und Politikern, aber vielleicht auch, wenn später mal irgendwie man arbeitet oder man einen Sommerjob hat oder was auch immer, im Unternehmen zum Chef gehen und fragen oder sich zusammenschließen und irgendwie darüber entscheiden, was tut denn unser Unternehmen für Klimaschutz? Wie können wir dazu beitragen, zu dieser Klimawende? Also immer darüber nachzudenken, wo sind meine nächstgrößeren Hebel? Mit wem kann ich da noch reden? Wie kann ich mich einbringen? Das sind die Dinge, die wir alle tun können, um diese politischen Entscheidungen, die es jetzt braucht und die aber viel zu wenig getroffen werden, die Maßnahmen, die viel zu wenig gesetzt werden, weil Politikerinnen und Politiker noch immer sehr viel reden, aber vom Reden weniger ins Tun kommen und das müssen wir mit beeinflussen und da helfen eben solche politischen Bewegungen und da aktiv zu werden. Damit fließe ich schon und freue mich total, dass ich das heute mit euch teilen durfte und freue mich jetzt auf die Fragen und werde meinen Bildschirm jetzt mal nicht mehr teilen. Danke schön. Wenn ich es schaffe. Ich habe den Bildschirm geteilt lassen. Vielleicht muss man sich auf eine Folie beziehen, da brauchen wir uns nicht wieder hervorkommen. Danke für den ganzen Vortrag und auch sehr anschaulichen Vortrag. Es sind selber schon tausend Fragen, aber es ist sogar im Chat schon eine Frage. Es ist auch, wenn weitere Fragen seien, im Chat schreiben, aber im Chat ist während des Vortrags die Frage aufgetaucht zum Diskussionsteil, warum hat eigentlich die SPÖ dem Entschließungsantrag nicht zugestimmt. Ich würde da gerne anhängen, auch mit dem Augenzwinker, aber es hat dann auch noch, ich will danach noch etwas anmerken, warum also die SPÖ nicht zugestimmt hat, aber auch die FPÖ wieder nicht zugestimmt hat. Danke, voll gute Frage. Leider liegt es viel an politischem Kalkül. Also wer oft Nationalratssitzungen verfolgt, was man übrigens machen kann, ich lade jeden dazu ein, sich einmal eine Nationalratssitzung zu geben. Es ist wirklich leider nicht immer ein schönes Schauspiel. Und da ist es meistens so, dass entweder die Regierung Anträge eindringt und da wird meistens von den Oppositionsparteien nicht mitgestimmt oder die Opposition bringt Anträge ein und es wird meistens von den Regierungsparteien nicht mitgestimmt. Das ist politisches Kalkül, weil eben die Regierungsparteien sich irgendwie nach vorne stellen wollen und sagen wollen, sie haben die Ideen und deswegen stimmen sie den anderen nicht mit, aber die Opposition auch quasi einbringen will, manchmal auch als Aktionismus, aber manchmal auch aus super guten Ideen etwas einbringen will, wo die Regierung dann aber nicht zustimmt, weil sie es quasi für sich verwenden will und selber dann einen Antrag stellt oder nicht oder in veränderter Form einen Antrag stellt. Das heißt, wenn Parteien gemeinsam einen Antrag abstimmen, müssen sie ihn auch gemeinsam geschrieben haben. Und da war es wirklich ein Problem, also die SPÖ in dem Fall hat tatsächlich nicht mitgestimmt, weil sie das Gefühl hatten, es sind eben nicht alle unsere Forderungen enthalten, was auch total stimmt. Also in dem Punkt haben sie wirklich recht. Es wurde auch bis zum Ende versucht, noch von zu formulieren oder da noch weitere Punkte reinzubringen. Die Neos haben dann gesagt, die haben nämlich zuerst auch gesagt, dass sie nicht mitstimmen, haben dann aber gesehen, dass Grüne und ÖVP ihnen ein bisschen entgegengekommen sind, haben dann mitgestimmt, SPÖ hat nicht mitgestimmt. Die FPÖ war von Anfang an dagegen, gerade weil einige unserer Forderungen meiner Meinung nach aus einem falschen Verständnis der Forderungen aufgestoßen sind, also zum Beispiel ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung, dass sie total abgelehnt haben, weil sie gemeint haben, da können ja alle klagen und dann wird ja nur noch auf Klimaschutz geachtet und alle anderen Grundrechte und Menschenrechte werden irgendwie über Bord geworfen, was überhaupt nicht stimmt, was jeglicher Grundlage, juristischer Grundlage entbehrt, weil ein Grundrecht nicht ein anderes aushebelt, sondern gleichzeitig mit anderen existiert und eben da erstmalig eigentlich ein Fokus drauf gerichtet wird. Ähnliche falsch verstandene Forderungen gab von der FPÖ in vielerlei Hinsicht. Wir haben zwar versucht, mit allen Teilen gleichermaßen zu reden und auch Aufklärungsgespräche zu führen, da muss ich aber ehrlich sagen, dass von der FPÖ selber am wenigsten Interesse kam und ein Interesse gekommen ist, sehr viel auf ganz wissenschaftsfernen Grundlagen diskutiert wurde, also eben eher aus der Emotion heraus, sodass wir eben dann alle Freiheitsrechte raushebeln, was nicht stimmt und dann ist es irgendwie schwierig dagegen vorzugehen. Bei der FPÖ war es eben ein schwierigeres Thema, weil es darum ging, welche der Forderungen werden da jetzt drinnen umgesetzt und welche nicht. Wir haben auch mehr oder weniger Verhalten auf den Antrag reagiert, weil eben nicht alle unsere Forderungen drinnen sind und selbst die, die drinnen sind, ein bisschen abgeschwächt drinnen sind, wie das Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung zum Beispiel. Da stand nur, es soll ein Gutachten geben, wie man das im Gesetz verankern kann. Jetzt gibt es dieses Gutachten, aber ein Grundrecht kommt wahrscheinlich trotzdem nicht in Frage. Das ist eben so ein Ding, das man immer abwägen muss. Dankeschön. Es ist jetzt eine zweite Frage, ich werde aber zuerst gerne noch mal bei dem Thema kurz bleiben, weil du ja sehr anscheinlich dargelegt hast, die ganzen Vorteile, wenn man klimafreundlich handeln will oder wenn man das umbauen will und welche Nachteile das hat, die wir jetzt zurzeit tragen. Wenn das so viele Vorteile sein und so viele Nachteile mit sich hat, da kommen wir dann später noch auf eine zweite Frage zu den Kosten, warum geht nichts weiter? Ist das nur die FPÖ? Nein, das wäre viel zu einfach als Grund und dann würde auch jetzt was weitergehen, weil die Regierung hat ja eine Mehrheit im Parlament. Es sind verschiedene Sachen tatsächlich. Ich glaube, eines der wichtigsten Punkte sind sehr veraltete Interessen in unserem Wirtschaftssystem. Also wenn man sich anschaut, wer relativ konstant Klimasturzmaßnahmen ausbreitst, sind es die Interessensvertretungen allen voran die WKO und das bedeutet jetzt nicht, ich will damit nicht sagen, dass die Wirtschaft nicht klimafreundlich wirtschaften könnte oder dass es nicht einige Unternehmen gibt, die da sogar nach vorne gehen. Es gibt sogar innerhalb der Wirtschaftskammer jetzt einen ziemlich großen Kampf darum, weil sich einige Unternehmerinnen nicht mehr vertreten fühlen von der Wirtschaftskammer aber eben die sind noch sehr in dem alten Denken verhaftet, wo eben zum Beispiel bei der Veröffentlichung des nicht Veröffentlichung es wurde das Klimaschutz gesetzt, der erste Entwurf wurde geleakt am Standard und Corona Zeitung. Einen Tag später steht Karl-Heinz Kopf vor der Kamera einer der Chefs von der Wirtschaftskammer und sagt das ist ideologische Gestrafungsfantasie der Grünen. Jetzt bei der Steuerreform nachdem das veröffentlicht wurde zwei Tage später Harald Mara ebenfalls Geschäftsführer von der Wirtschaftskammer stellt sich nach vorne und sagt er habe eigenhändig das Dieselprivileg rausverhandelt aus den Verhandlungen als ob das irgendwie etwas wäre wofür ihn nächste Generationen feiern könnten und nicht etwas was eigentlich Klimaschutz ausbremst das heißt es ist irgendwie noch ein sehr altes Verständnis ein nicht nach vorne gerichtetes es sind auch die Interessenslagen schwierig weil natürlich baut unser Wirtschaftssystem seit mehr als 100 Jahren auf fossilen Brennstoffen aus und es muss sehr viel transformiert werden aber da sind auch eben sehr viele Bremselemente in dem System weil wir müssen ja so viel eben transformieren das heißt ich glaube das ist der größte Grund ich glaube aber ein Grund ist eben auch dass viele Dinge viele Politikerinnen und Politiker noch nicht den Mut gefunden haben diese positiven Zukunftsvisionen erstens zu zeichnen und auch konsequent zu handeln danach man sieht in vielen anderen Städten eben zum Beispiel Paris dass sie jetzt Parkplätze auflösen dort Bäume hinstellen in Barcelona mit den Superblocks also verkehrsgeruhigten Zonen in den Städten näher bei zukunftsgericht der Politik funktionieren kann wenn man sich das traut bei uns ist die Politik aber verhaftet in eben einem Diskurs des Bremsens also eben ehemaliger Bundeskanzler Kurz der gesagt hat eben Klimaschutz bringt uns darf nicht mit Verzicht hergehen und Verzicht ist eben so schlimm und wir werden zurückkehren in die Steinzeit wenn das so geht da wird viel Angstmache betrieben vor diesen vor dieser Klimawende Dankeschön kannst du vielleicht ganz kurz auf die Folie gehen ist so viele Vorteile für uns hat und ich glaube da sind ja Entschuldigung ich wollte jetzt nicht unterbrechen bei der Beantwortung ich glaube du warst noch ganz kurz weg und da sind ein paar dieser Aspekte die Klimaschutz einfach bremsen in Österreich Dankeschön da ist eine weitere Frage im Chat kannst du ganz kurz dafür nochmal auf die Folie gehen wo du die Kosten aufgelichtet hast mit den Milliarden und da ist nämlich die Frage gewesen dass man den Vortrag sehr gut folgen hat kennen aber die 8 Milliarden Weltschöpfungsverluste durch fossile Energieinbote werden da kritisch gesehen aus dem Grund weil wir ja Energie immer importieren müssen also es wird dann wahrscheinlich hoffentlich Wasserstoff sein oder CO2 neutrale Energieform aber dass man da wirklich 8 Milliarden einpreist wir werden das nicht auf null fahren können genauso das hänge jetzt ich mit an werden das so bei den Klimaschäden sein und so weiter auch die werden erhalten bleiben weil das Klima nur weil jetzt kein CO2 mehr ausstoßt auch weltweit kein ausstoß wird das Klimasystem verändert und die Klimaschäden werden ja so erhalten bleiben über längere Zeit Ich glaube die Aussage dieser Folie ist auch nicht unbedingt wir müssen alle diese Sachen auf null senken eben bei den Anpassungskosten und den Klimaschäden die werden wir weiter ausgeben vermute ich und einiges davon können wir schon umlenken also zum Beispiel wenn wir 8 Milliarden Euro jetzt eben nicht in fossile Importe sondern 4 Milliarden Euro vor Ort für erneuerbare Energien und 4 Milliarden für Energie Importe in irgendeiner anderen Form verwenden würden dann wären die nicht mehr auf der Liste weil die tragen ja nicht mehr zur Klimakrise bei oder sind nicht Klimakrisenkosten sondern Klimaschutzkosten in dem Fall das heißt natürlich kann man nur überspitzt hier rauslesen dass wir das reduzieren sollen ich glaube auch die 4 Milliarden klimaschädigenden Subventionen zum Beispiel kann man nicht alle streichen ein paar muss man politisieren wie zum Beispiel die Pendlerpauschale das heißt auch da wird weiterhin Geld irgendwo reinfließen aber im Westen wird so ausgerichtet dass es eben dem Klimaschutz dient und nicht in die Klimakrise fließt das heißt die Kosten der Klimakrise sind hier eigentlich nicht unbedingt auf null zu senken im Sinne von ganz zu streichen sondern umzuleiten so wie eben eine gute ökosoziale Steuerreform hätte diesen Steuermechanismus eben das Gude in die andere Richtung umgelegt und wir bräuchten ja auch nur 4 Milliarden Euro pro Jahr als Investitionen in Klimaschutz das heißt diese 24 Milliarden Euro die ich da hochgerechnet oder die das CCCA hochgerechnet habe für 2050 da geht es ja gar nicht darum die 24 Milliarden jedes Jahr jetzt zu investieren sondern im besten Falle all diese Kosten die ich da aufgezeichnet habe umzuleiten in Klimaschützendes beziehungsweise die Klimaschäden und Anpassungen werden wir noch immer weiter zahlen und einiges davon einfach vor Ort zu investieren Dankeschön da ist gerade noch eine Frage bezüglich zu dem Klima BWE gewonnen kemmen wie siehst du das sollten müssen die Klimabewegungen radikaler werden und vermehrt auf höher schwerere Reformen des zivilen Ungehorsamts zurückgreifen wie zum Beispiel die Besetzung von Kohlekraftwerken und so weiter oder ist das eher kontraproduktiv braucht es beides sein wir zurück alles gesetzt ich glaube da habe ich eine sehr differenzierte Antwort drauf ja ich glaube dass es Besetzungen und zivilen Ungehorsam brauchen wird und vermutlich wird es ihn auch vermehrt brauchen Fridays for Future Wien hat sich zum Beispiel entschlossen die Stadtstraße und die Lobau Autobahn zu besetzen das war die in anderen Gruppen wird das anders gelebt ich glaube dann hoffe ich dass es jetzt geht in Wien hat sich zum Beispiel hat beschlossen die Lobau Autobahn und die Stadtstraße zu besetzen in anderen Fridays for Future Gruppen läuft das anders ich glaube schon dass es vermehrt zivilen Ungehorsam geben wird und vermutlich auch braucht gerade an so Kristallisations Punkten wo man merkt da stecken wir noch immer Milliarden in das falsche also genauso wie bei Login Effekten also wenn wir heute noch Gas Treiblerns bauen wenn wir heute noch Straßen bauen wenn wir heute noch eben in Neubauten Gas bauen dürfen falsche Kraftwerke bauen also Kohlekraft noch immer ausgebaut wird etc ich glaube da ist es schon wichtig manifest zu werden als Klimabewegung und sich da auch dagegen zu stellen ich weiß nicht ob das heißen muss die Klimabewegung muss sich radikalisieren weil die Klimabewegung ist ja extrem breit da gibt es Fridays for Future da gibt es Extinction Rebellion da gibt es System Change da gibt es aber auch die großen institutionalisierten NGOs ich Gruppen geben muss und Gruppen geben wird die zivilen ungehorsamen leben ich glaube aber wir brauchen jetzt alle Werkzeuge in unserem Instrumentenkasten quasi um da wirklich was voranzutreiben also ich glaube es braucht sowohl institutionalisierte Reformen wie eben das Klimavolksbegehren und zwar um politisch quasi ins Parlament zu kommen es braucht Leute die was besetzen es braucht Leute die weiterhin auf die Straße gehen es braucht Menschen die Klimaklagen voranbringen es braucht jetzt alle verschiedensten Formen glaube ich des Aktivismus um da wirklich was umzulenken es braucht Medien die sich dafür entscheiden wie der Guardian keine fossilen Werbungen mehr zu schalten etc also es braucht jetzt glaube ich auf allen Ebenen Aktion Dankeschön kannst du vielleicht noch mal ganz kurz bitte auf die Folie mit den EU Emissionen springen dazu gibt es nämlich eine Frage vielleicht kannst du auch jetzt ganz detailliert beantworten die Frage ist nämlich wie sind denn diese Werte erhoben wurden hat man da die Luft gemessen oder verkaufte Liter Benzin etc da würde ich euch bitten die Kirchengast und Schleicher Studie vom Wegener Center anzuschauen beziehungsweise die Datenquelle steht auch da das ist die Eurostat 2019 ich bin mir nicht ganz sicher normalerweise sind solche Sachen Erhebungen von Verbrauch von zum Beispiel Treibstoffen etc also das wird selten glaube ich in der Luft gemessen weiß ich aber jetzt nicht ehrlich gesagt ob das auch passiert aber meistens ist es Verbrauch von Brennstoffen ich ergreife jetzt gerade die Gelegenheit wenn wir bei der Folie sein auf der Folie sieht man dass Deutschland eindeutig CO2 eingespart hat wir eindeutig ja nicht oder CO2 äquivalente zumindest und dennoch wird immer mit dem Finger auf Deutschland sagt also zumindest in eurozentrischen Weltbild Weltsicht warum wird da so auf Deutschland verakt obwohl die ja gar nicht so liegen ja über dem Durchschnitt mit der Einsparung ja es gibt wahrscheinlich verschiedene Aspekte einerseits sind es Deutschland und Frankreich und auch bis zu einem gewissen gerade England die halt einfach die größten Wirtschaftsmächte innerhalb der Europäischen Union die mit dem größten CO2 Fußabdruck innerhalb der Europäischen Union sind die wahrscheinlich wo man einfach am meisten hinschaut und ich glaube auch Österreich hat sich da ein bisschen durchschummeln können weil wir selber quasi gerade das Kraftwerk abgeschalten wurde keine Kohlekraft und 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 so weiter und so fort haben Deutschland hat die auch Frankreich hat sie bis zu einem gewissen Grad aber die haben mehr Atomenergie Großbritannien hatte sie ganz ganz stark ich glaube dass das einfach auch so ein Fokuspunkt geworden ist wo sich Österreich da irgendwie ganz gut durchmancipiert hat mit dem Klimaschutz Vorreiter weil wir ja eben vor Ort zumindest keine fossilen Energien produzieren sie aber sehr wohl importieren und sie sind die größten Emittenten innerhalb der EU also ich glaube insofern hat sich einfach die Aufmerksamkeit dort fokussiert aber wenn du eine andere Antwort hast die dann dazu beiträgt das würde mich interessieren ja na danke ja ich glaube auch dass das aufgrund des Gewichtes in der EU natürlich genau die drei natürlich enorm wichtig sind dass die Klimaschutz vorantreiben weil die natürlich auch Sagen haben oder zu großen Teilen ich wollte nur anmerken ganz kurz zur Frage vorher mit dem Benzin weil da auch gestanden ist das heißt natürlich nicht lesen können dass das die Statistik verzerren würde Österreich dank Tourismus da muss man anmerken ich kenne jetzt nicht diese Statistik aber normalerweise bei Statistiken es gibt ja Produktions- und Konsum-CO2-äquivalente Statistiken und es werden immer die Konsum normalerweise heranzogen was für Österreich jetzt zwar beim Tanktourismus nachteilig ist aber gesamt vorteilig wir natürlich viel mehr CO2-Importieren aber das kann nicht uns angerechnet das allein wenn man nur an Lebensmittelproduktion an Kleidung denkt und so weiter und da ist eigentlich der Pro-Kopf-CO2 jetzt klar wie derzeit Katharina du weißt das vielleicht besser aber ich glaube wir haben ungefähr acht Tonnen pro Jahr aber es eigentlich wenn man es nach Konsum das sind es glaube ich zwölf Tonnen also um einiges das ist ein Drittel oder sogar noch mehr im Jahr deswegen glaube ich auch dass bei der Statistik der Tanktourismus nicht die Statistik durchzuhren ja 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 bitte ja vielen Dank für den spannenden Vortrag ich hätte auch noch eine Frage und zwar die schließt vielleicht ganz gut an unsere letzte Vorlesung von Professor Kirchengast an Sie haben bei einer der ersten Folien auch das Thema CO2 Budget angesprochen dass das ja sehr wichtig sei und genau die Thematik hat das ja aufgegriffen man kann es darstellen weltweit europäisch auf die einzelnen Länder runtergebrochen oder einzelne Firmen und Institutionen im Grunde könnte man das ja auch auf Personen runterbrechen also jeder Mensch hat ein CO2 Budget gibt es solche Ansätze auch schon oder in welche Form könnte man sowas implementieren das wurde vorher eh auch schon gesagt es gibt ein CO2 Budget kann man jetzt schon ausrechnen das ist eben das was wir jetzt verbrauchen das was wir verbrauchen dürfen verträglicher Weise ist ungefähr da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher also mit ein bisschen Vorsicht genießen ich glaube ein bis eineinhalb Tonnen pro Person pro Jahr und wenn man das 2 Grad Ziel erreichen will es ist unter einer Tonne pro Person unter einer danke schön toll dass da jemand noch mehr Wissen hat also es ist unter einer Tonne pro Person und eben jetzt gerade liegen wir aber bei ungefähr 8 Tonnen produktionsbasiert und konsumbasiert sogar noch mehr also quasi wenn man uns alle Emissionen anrechnen würde von den Produkten die wir in Österreich konsumieren das heißt da ist ein riesen Gap und diese um das zu verantworten gibt es unter anderem auch den CO2 Fußabdruck also wie viele Erden man verbraucht das ist ein bisschen eine andere Rechnung da geht es nämlich um globale Hektar die verbraucht werden als eine Landfläche die es braucht um all unsere Güter zu produzieren unseren Abfall zu schlucken etc. das wird einfach aufgerechnet in globale Hektar und dieser CO2 Fußabdruck das ist aber ganz spannend da haben wir auch einen verträglichen aber in Österreich zum Beispiel verbrauchen wir also wie ist das genau der verträgliche globale Hektar das sind nämlich die eineinhalb glaube ich es sind eineinhalb globale Hektar die jeder zur Verfügung hat jeder und jede bitte nochmal verbessern wenn ich das falsch sage eineinhalb globale Hektar und in Österreich liegen wir schon bei 1,6 globalen Hektar wenn wir nur auf die Welt kommen schon als Teil von Österreich der Nation Österreich verbrauchen wir automatisch mit der Infrastruktur die existiert mit den Gebäuden mit den Krankenhäusern mit den Schulen mit der Infrastruktur 1,6 globale Hektar das heißt wir können in Österreich gar nicht verträglich leben auf der anderen Seite verbrauchen wir jeder Mensch ungefähr 6 globale Hektar das heißt da können wir schon noch ordentlich runterkommen von diesem Überverbrauch den jeder in Österreich hat eigentlich aber es zeigt auch wie viel grauer Fußabdruck nennt man das also wie viel schon in unseren Infrastrukturen drinnen liegt die wir aber als Einzelperson nicht entscheiden können eben da geht es nicht darum dann aufs Auto zu verzichten oder nicht sondern da bin ich einfach Teil des Staates Österreich braucht schon mehr als das das heißt den Teil können wir reduzieren mit den Maßnahmen die ich vorher gesagt habe wenn wir uns das auch leisten können wenn wir diese Entscheidung treffen können aber einen großen Teil muss auch die Politik dazu beitragen dass wir unter dieses CO2-Budget kommen oder den globalen Fußabdruck aber natürlich kann man das auch auf den Menschen runterrechnen man kann das auch auf eine Firma runterrechnen das ist ja das Schöne daran dass man das eigentlich auf jeder Ebene sichtbar machen kann wie viel für eine Uni wie viel für ein Unternehmen wie viel für einen Menschen zur Verfügung steht aber eben man darf nie aus den Augen verlieren dass wir aber nicht für alle unsere Emissionen verantwortlich sind im Sinne von das ist nicht alles was ich mache sondern da wird auch drauf gerechnet was der Staat Österreich zum Beispiel macht Ja vielen Dank Dankeschön darf ich da ganz provokant noch nachfragen wenn ich schon mit so einer formuliere es mal so mit so einer Last auf die Welt komme als Österreicher da kann ich ich als Individuum für Klimaschutz ja eigentlich gar nichts machen weil ich komme auf die Welt habe noch gar nichts gemacht und habe schon alles aufgebracht und ich kann ja nicht aufhören abnehmen das heißt kann für den Klimaschutz dann nur Politik oder nur kann man das nur auf strategischer Ebene lösen wir als Individuum kann gar nichts machen ich glaube es ist nicht es ist nie eine Entweder oder Entscheidung eben für das was über diesen diese 1,6 Hektar hinausgeht da tragen wir ja sehr wohl was bei da heizen wir irgendwie da kommen wir irgendwie von A nach B da konsumieren wir irgendwie das ist etwas was wir bis zum gewissen Grad in der Hand haben und da können wir viel reduzieren und außerdem ist es ja nicht immer linear wir können ja auch Vorbildwirkung haben also zum Beispiel mir wurde gesagt Müll trennen hat an Schulen angefangen also man kann ja irgendwo mal vorleben und anscheinend wird das dann ja auch in die Politik übernommen ich will also gar nicht kleinreden dass jeder und jeder einen einzelnen Beitrag leisten kann aber wir machen immer mehr wenn wir uns zusammenschießen das gilt auch im Konsum von Energie zum Beispiel ich kann mir zwar keine Protovoltaikanlage aufs Dach bauen weil ich eben in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus aber ich kann mich an Energiegemeinschaft anschließen dann wird vielleicht woanders für mich Energie produziert die ich quasi alle Quoten mitnutzen kann und zusätzlich aber eben zu diesen Dingen an denen wir quasi nichts ändern können zumindest nicht in unserem Konsumverhalten können wir ja trotzdem was ändern indem wir die Politik beeinflussen und das kann eben passieren durch Bewegungen das kann passieren durch Wahlen das kann passieren durch Volksbegehren Petitionen man hat auch gesehen und das stimmt mich so positiv dass der Reinhard Steurer von der GOKU hat sich angeschaut und verglichen wie die Klimaschutzgesetzgebung in verschiedenen Ländern sich entwickelt hat über die Zeit und wann und warum sie ambitionierter geworden ist oder nicht und man sieht einen klaren Bruch 2019 wo die Klimabewegung aufgekommen ist und er hat auch gezeigt dass es egal war in den Ländern welche Menschen welche Parteien an der Spitze des Staates sitzen es war nur wichtig wie stark die Klimabewegung war ob sich etwas verändert hat ob sich etwas zum Positiven verändert hat oder nicht und ich glaube das nehme ich mir dann immer mit als kraftgebendes Element weil wir als Bewegung können schon viel in der Politik verändern und eben auch an dem Fußabdruck quasi dann noch was ändern der jetzt so schwierig zu handhaben scheint danke wenn ich dann kurz ergänzen darf oder auch nochmal kurz zusammenfassen darf ja ich glaube auch dass das strukturell angegangen werden muss und das kann nur Politik machen aber wir als Individuum haben glaube ich und wir haben das schon öfter gesagt in der Klimaschutz Ringvorlesung jetzt glaube ich wir haben genau zwei Möglichkeiten zum einen die Stimme und zum anderen unser Geld und wir müssen überlegen wo wir unsere Ressourcen hin einsetzen also mit der Stimme meine ja auf die Straße gehen und ja was machst du und auch wählen gehen egal was man wählt aber Hauptsache wählen gehen das ist mal wichtig und dann das Richtige wäre ganz gut und auf der anderen Seite ja das Geld einsetzen es kommt schon drauf an wo wir unser Geld anlegen und was wir damit machen ähm gibt es noch weitere Fragen ich schaue gerade im Chat nur weil ich das gerade auch im Chat sehe ähm ich finde nicht dass das Abwälzung der Verantwortung ist weil wie ich schon gesagt habe und wie ich auch in der Klimabewegung sehr viele Menschen kenne wir versuchen ja durchaus auch etwas in unserem Leben zu verändern ich bin auch mit dem Zug nach England gefahren ich habe beschlossen nicht mehr zu fliegen ähm ich esse ja in meinem 16. Leben sehr vegetarisch ich versuche Dinge zu reparieren und Gebrauch zu kaufen aber und das ist eben das Ärgerliche das reicht nicht und es wird einem so schwer gemacht und das hat mich eben dann mit ähm ungefähr 23, 24 extrem wütend gemacht ich habe alles versucht und trotzdem stoßt man eben an diese stößt man an die die schon genannten Grenzen und mir ist eigentlich eher wichtig als ich sehe es nicht als Ausreden nichts in meinem persönlichen Leben zu machen aber ich sehe sehr oft Ausreden von Leuten warum sie nicht aktiv werden und warum sie nicht das Gefühl haben auch da was beitragen zu können und deswegen will ich lieber über diese Ausreden reden als über das in einem in dem eigenen Leben was zu tun weil tatsächlich wenn man eben Umfragen macht ähm sehr viele Menschen wenn man sie fragt was könnt ihr denn für den Klimaschutz tun genau diese Sachen aufzählen also die Menschen wissen was sie in ihrem Leben verändern könnten nicht alle machen es darüber kann man auch reden ob das quasi verstärkt werden soll aber niemand äh erwähnt die politische Ebene großteils das hat sich auch in Fridays for Future lustigerweise geändert dass sehr viele jetzt auch Verantwortung bei der Politik sehen ich glaube nur wir müssen oft dorthin schauen wo am meisten Verantwortung abgewälzt wird und das war in den letzten 30 Jahren bei der Politik der Fall also da wurde ganz viel Verantwortung abgewälzt und wird heute noch abgewälzt nach China nach Indien weil Österreich ist ja so klein oder auf die höhere Ebene EU muss was machen oder die untere Ebene aber die Länder sind doch dafür verantwortlich und die Länder sagen der Bund ist dafür verantwortlich also dieses Herumschieben an Verantwortung geht mir extrem auf die Nerven deswegen habe ich das Gefühl ich übernehme meine Verantwortung für den Teil für den ich Verantwortung habe aber die anderen müssen genauso für ihre Teile Verantwortung übernehmen und gerade die Politik hat hier einfach sehr sehr große Hebel das ist das Einzige was ich damit ausdrücken kann und will danke es gibt jetzt zwar noch eine andere Frage die ich dann anschließend noch stelle ich mag vielleicht ein bisschen ausgebaut aber wenn wir gerade dabei sind bei der Politik eigentlich was mir gerade angefühlt ist eigentlich haben wir jetzt bis vor kurzem noch einen sehr jungen Bundeskanzler gehabt ich würde sagen dass wir generell eine relativ junge Bundesregierung oder überhaupt Verantwortliche in den Parteien haben die relativ jung sind gegen dennoch zu anderen Ländern wie ist da wie du sagen kannst und sagen magst also wie ist da deine Erfahrung warum es liegt ja auch in ihrem Interesse die haben ja auch Kinder dass da was weiter geht also warum wie stehen die da persönlich dazu oder warum geht da nichts weiter ist das nur politisches Kalkül und geht ähm 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 oder verstehen Sie die Sache selber nicht ich meine könnte ja auch sein es ist ähm einerseits habe ich das Gefühl viel Unverständnis also ich bin ähm an vielen hohen politischen Stellen ähm gewesen und bin auf Unverständnis äh getroffen also sowohl was die Klimakrise die Folgen als auch die Lösungen dazu betrifft wie dringlich es ist das ist ganz vielen Menschen einfach gar nicht bewusst und dann ist es einfach auch inhärent ein anderes Denken also es ist schon eine andere Art der Politik ähm Politik zu machen ähm die ich da gerade in der türkisen Spitze damals wahrgenommen habe ähm da geht es sehr viel um Interessenspolitik also eben das was die Wirtschaftskammer sagt das was die Industrienvereinigung sagt das was die sagen aus der Tiroler Adlerrunde die ähm für den Wahlkampf spenden das ist immer mal wie wichtiger als das was quasi Bürgerkonsens innerhalb der österreichischen Bevölkerung mehr oder weniger ist also es ist eine andere Art Politik zu machen es ist auch ein anderes Verständnis von Politik weil eben ähm es wird wahrscheinlich ohne bestimmte ordnungspolitische Maßnahmen nicht gehen ähm natürlich sind ökosoziale Steuerreformen wenn sie funktionieren würden ein wichtiger Teil davon aber nur mit marktwirtschaftlichen Instrumenten alleine lässt sich die Klimakrise auch nicht lösen es ist auch ein großes Vorherrschen von Technologieerzählungen gerade in dieser ähm Riege der Politik wo ähm sehr viel quasi ins später verschoben wird so wir werden diese eine Technologie schon ähm finden äh die uns retten wird wir werden ähm diese weiß ich nicht in zehn Jahren wird die Welt schon anders ausschauen und dann können wir alles klimaneutral produzieren auch dieses Denken ist sehr verankert in den Köpfen anstatt jetzt schon anzufangen um wirklich transformativ vorzugehen ich glaube das sind so einige Aspekte wo ich das Gefühl habe da ist es einfach schwierig anzusetzen wenn eben einerseits das Wissen nicht so existiert sehr viel Interessens- und Klientelpolitik gemacht wird und eben auch das Gefühl da ist Innovationen oder Technologien werden uns eh retten also das ist einfach ein schwieriges Feld dann an da durchzukommen Danke jetzt mag ich die Frage nochmal von vorher aufgreifen also im Chat die da schon gestellt worden ist da ist die Frage gestellt warum bezüglich Wärmepumpen und warum die immer nur so teuer sind kann vielleicht Professor Reiner nochmal drauf eingehen aber ich würde die Frage doch gerne aufgreifen entweder vielleicht hast du auch Antworten zu Wärmepumpen die müssen teuer sein aber generell warum sind denn klimafreundliche Sachen immer so teuer und klimaschädliche günstiger und die Frage ist da gestellt ob dann nicht die Politik eingreifen und steuern müsste vielmehr Ja bei Wärmepumpen interessiere ich mich sehr für die für die Antwort auch von jemandem anderen gerne es ist insgesamt so dass eben solche Technologien teurer sind oft unter anderem liegt das daran dass sie zu wenig gefördert sind also da sollte natürlich der Staat finanziell eingreifen und diese Systeme auch fördern es geht aber auch um Ordnungspolitik also zum Beispiel dürfen wir eben in Neubauten noch immer Gasheizungen einbauen in Neubauten da geht es auch darum das einfach zu verbieten und neue Sachen zum Standard zu machen im Bau oder in der Sanierung von Gebäuden dürfen zum Beispiel auch noch immer Ölheizungen eingebaut werden und jetzt auch die übergeordnete Frage quasi ich glaube dass das auch viel deswegen passiert erstens sind meistens am Anfang von einer technologischen Entwicklung die Dinge die jetzt Standard sind einfach preislich günstiger als die Sachen die neu dazu kommen das hat sich aber in vielerlei Hinsicht schon gedreht bei erneuerbaren Energien gab es zum Beispiel diesen einen Punkt der überschritten wurde wo erneuerbare Energien jetzt eigentlich wettbewerbsfähiger Markt sind in vielen Regionen ist es sogar billiger neue erneuerbare Energien zu bauen als alte Kraftwerke zu betreiben das war nämlich noch immer so ein Knackpunkt weil wenn neue Energien bauen zwar billig ist aber nicht billiger als alte Technologien oder Kraftwerke zu betreiben dann ist dann ist das auch nicht ein Argument warum man da umsteigen würde aber und das ist das große aber fossile Brennstoffe werden extrem subventioniert auch Atomstrom also Atomkraftwerke fossile Kraftwerke werden in vielen Ländern noch immer enorm subventioniert das heißt die kriegen Förderungen vom Staat und deswegen sind sie marktwirtschaftlich auch einfach quasi machen sie mehr Sinn weil sich das einfach auf der Kosten-Nutzen-Rechnung dann so ausgeht das heißt hier die Förderungen eben auf der einen Zeit zu streichen in die Innovation von neuen Technologien zu investieren die wettbewerbsfähig zu machen das ist eben zum Beispiel bei Photovoltaikanlagen passiert die waren am Anfang auch nicht wettbewerbsfähig die sind in Deutschland mehr oder weniger mit vieler Kollaboration über die Welt erfunden worden und sind dann erst über den chinesischen Markt mit der Massenproduktion etc. wettbewerbsfähig geworden das heißt natürlich gibt es eine Phase wo solche neuen Technologien noch nicht der Standard sind aber da kann man mit vielen Knippen dagegen vorgehen eben einerseits kann man das Fossile einmal auf die normale Stufe leben indem man es nicht mehr fördert vielleicht sogar verteuern durch einen CO2-Preis das heißt es wird auf der einen Seite teurer auf der anderen Seite investieren wir in Innovationen machen die wettbewerbsfähig und fördern sie es vielleicht sogar reduzieren auf der anderen Seite den Preis so kann eine Lenkungswirkung in Richtung der klimafreundlichen Alternativen gelingen und zusätzlich glaube ich aber trotzdem dass Ordnungspolitik da einen einen Hebel haben könnte weil da gibt es das nette Beispiel von den Lädlampen also wir haben ja irgendwann unsere Glühbirnen die wir so gehen fast überall durch so Lädlampen ersetzt das war auch weil es diese Innovation gab aber großteils weil wir eben ein Glühbirnen verboten haben deswegen wurden die halt dann angenommen das heißt wir müssen da auch schauen gerade bei Verbrennungsmotoren oder so manchmal auch Dinge einfach ab einem gewissen Zeitpunkt zu verbieten das steigert auch die Innovationskraft in vielen anderen Bereichen aber zum speziellen Wärmepunkten kann vielleicht noch jemand anderer was sagen da kenne ich mich jetzt im Detail gar nicht so aus danke ja vielen Dank Frau das hat eigentlich schon das genau die Randbedingungen beschrieben also natürlich jahrzehntelang haben wir uns an die niedrigen Kosten von Öl und Gas gewöhnt die Geräte sind zur Normalität geworden inzwischen mit hohen Stückzahlen verkauft und daher erst mal im Vergleich geringere Preise zur Wärmepumpe möchte ich noch sagen vielleicht auch auf den Vortrag von Fabian Ochs hinweisen der auch in der Ringverlesung darüber gesprochen hat raus aus Öl und Gas und insbesondere beim Gas ist es ja jetzt im Moment ja gar nicht so einfach da darf man sich nicht einfach vorstellen dass man sozusagen das einfach tauscht jetzt eine Gasheizung durch eine Wärmepumpen ersetzt sondern eigentlich die richtige Reihenfolge wäre erst mal auf Effizienz zu setzen die Heizlasten zu senken also das Gebäude sehr gut wärmedämmt damit viel geringere Leistungen hat damit hat man viel kleinere Geräte und die sind sparsamer aber auch kostengünstiger in der Anschaffung also das sind wirklich kleine leise Geräte Mikrowärmepumpen kann man fast sagen ja und nicht einfach ein Ersatz einer Hochleistungs Gastherme durch eine Hochleistungswärmepumpe und das glaube ich ist eher die Zukunft und zur Frage kann und soll da nicht der Staat eingreifen das tut der Bereich also Wärmepumpen werden gefördert es gibt bereits sehr gute Förderungen und wenn man dann in ein solches Gerät investiert hat hat man im Betrieb ja bereits Vorteile also die Kosten dann für die Beheizung sind ja gering weil wir ja Strom im Faktor 3 oder 4 sogar multiplizieren in Wärme umsetzen und die Wärme die wir dort zusätzlich holen ist ja quasi kostenlos das ist Umweltwärme für die wir nicht bezahlen müssen also ich glaube da sind wir schon auf dem richtigen Weg aber nicht einfach nur ein Umswitchen von Fossilen auf Wärmepumpe sondern erstmal die Leistungen senken ganz ganz wichtig auf Effizienz setzen und dann den Rest den wir noch decken müssen den dann mit Wärmepumpen mit regenerativem Energie danke Rainer und den Vortrag von Fabian Ochs den findet auf YouTube bei der Ringvorlesung wo alle Vorträge seien die das interessiert eine letzte Frage noch Stichwort System Change not Climate Change können wir Klima und unseren natürlichen Lebensgrundlagen innerhalb eines auf ewigen Wachstum ausgelegten Wirtschaftssystems überhaupt aufbauen Tolle Frage da gab es vor kurzem sehr gute Metastudien dazu Metastudien sind Studien die quasi das aktuelle Wissen in dem Bereich mehr oder weniger zusammenfassen und da wurde gezeigt also es gibt zwei Fragen eigentlich in dem wir können ja Wirtschaftswachstum einerseits nur beibehalten wenn wir also wenn das stimmen würde können wir Wirtschaftswachstum beibehalten und quasi der Klimakrise entgegenwirken dann müsste man eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und CO2 Emissionen hinkriegen und zwar eine absolute Entkopplung also eine relative Entkopplung wäre Wirtschaftswachstum steigt schneller CO2 steigt ein bisschen langsamer CO2 müsste aber sinken während das Wirtschaftswachstum steigt eine partielle Entkopplung sieht man in manchen Bereichen der Wirtschaft tatsächlich und man kann eigentlich davon ausgehen dass man Wirtschaftswachstum von CO2 entkoppeln könnte wenn man genug erneuerbare Energien einsetzt also wenn man keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen würde auf der ganzen Welt dann würde die Wirtschaft vielleicht weiter wachsen und CO2 trotzdem runtergehen aber und das ist das große aber wir dürfen ja nicht nur schauen auf den CO2 Ausstoß unserer Gesellschaft sondern auch auf die Ressourcennutzung und den Ressourcenverbrauch und wenn man sich da anschaut Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch sieht man eigentlich in quasi keinem Sektor Entkopplung schon gar keine absolute Entkopplung das heißt da ist es sehr sehr fragwürdig ob wir ressourcenschonend überhaupt wachsen können weiter und ich glaube es ist ja auch die Frage wie wollen wir unser Wirtschaftssystem in Zukunft überhaupt aufbauen und da empfehle ich sehr vielen also mir hat das extrem geholfen das Buch von Kate Raworth Donut Economics wo sie quasi die Frage stellt jetzt gerade haben wir quasi die Logik die ja auch in Österreich sehr verbreitet ist geht es der Wirtschaft gut geht es uns allen gut also quasi wir brauchen Wirtschaftswachstum damit es allen gut geht warum stellen wir das Gutgehen von Leuten nicht ins Zentrum der Wirtschaft also warum haben wir nicht eine Wirtschaft die darauf ausgerichtet ist dass es allen Menschen gut geht egal ob sie wächst oder nicht oder wir werden nachher sehen ob sie wächst oder nicht und gleichzeitig die planetaren Grenzen einhält das heißt ich bin also was die was die Wissenschaft betrifft bin ich sehr skeptisch ob diese absolute Entkopfung von Ressourcen möglich ist und deswegen glaube ich wir sollten auch ganz andere Indikatoren setzen für den Wohlstand einer Gesellschaft als auch das BIP also das Bruttoinlandsprodukt weil das auch eine Durchflussgröße ist das heißt wie viele Produkte und Dienstleistungen konsumiere ich an einem Staat und das heißt aber auch dass mit dieser Logik der Wirtschaft genau dieses lineare Produktions der lineare Produktionsprozess den ich am Anfang beschrieben habe eigentlich befeuert wird weil ich will ja so viel wie möglich produzieren konsumieren an Dienstleistungen und Produkten das heißt aber eben ich habe eigentlich einen Incentive das heißt einen Anreiz möglichst viele Sachen zu produzieren die möglichst viele Leute kaufen aber auch möglichst viele Leute wieder schnell wegschmeißen damit sie neue Sachen kaufen können das heißt das geht zu diesem linearen Produktionsprozess und da umzudenken in Richtung einer Kreislaufwirtschaft aber eben auch umzudenken was sind die Indikatoren an denen wir eine gut performende Wirtschaft messen da müssen wir auf jeden Fall hinschauen und da uns was anderes überlegen Dankeschön es ist jetzt noch eine interessante Frage aufgetaucht und die ich würde gerne noch noch stellen ich fand auf die Antwort bezüglich Bevölkerungswachstum warum wird das nie fast nie angesprochen im Zuge von Klimaschutz es ist explizit jetzt nochmal Afrika angesprochen worden weil natürlich so eine große Menge an Personen natürlich einen höheren CO2-Ausstoß hat also entweder auf Afrika oder ganz allgemein finde ich die Frage interessant warum thematisiert man das nie danke auch für die Antwort im Chat ich finde da muss zwei Punkte wahrscheinlich beachten einerseits stimmt die Grundaussage mehr Menschen mehr CO2-Emissionen schon allerdings wird laut jeder guten Berechnung eigentlich das Bevölkerungswachstum stagnieren wir können es auch schneller zum stagnieren bringen wenn wir zum Beispiel Bildung das soziale Fundament ausbauen man weiß dass mit gerade einem Bildung und einem hohen sozialen Standard weniger Bevölkerungswachstum da ist das heißt da ist auch die Frage sollten wir da nicht eher auf eben soziale Maßnahmen schauen auf der anderen Seite und da bin ich deswegen immer kritisch weil ich finde es immer leicht gerade in einem Land wie Österreich zu sagen aber die anderen sind schuld meistens wird dann eben gesagt eben Indien und China da leben so viele Leute und eben Afrika kriegt so viele Kinder und die die in Bangladesch haben überhaupt was weiß ich vier Kinder pro Person ich weiß es jetzt nicht ich sage irgendwas und die sind schuld wenn man sich aber jetzt gerade den Status Quo anschaut sind die Länder und die Personen die am meisten verbrauchen die reichen Länder also ich habe vorher gezeigt diese diese quasi umgekehrte Pyramide das stimmt auch für Länder das stimmt auch für Personen in Österreich haben wir zum Beispiel einen CO2 Fußabdruck von eben acht Tonnen pro Person sogar noch mehr Konsum basiert in China ist er geringer in Indien ist er noch geringer in Bangladesch ist er so klein dass er wahrscheinlich sehr naturlich ist das heißt jetzt gerade wenn wir uns jetzt gerade die Welt anschauen sind eigentlich wir das Problem und das Problem das ich mit der Argumentation über Bevölkerungswachstum habe ist dass oft eigentlich ein Schritt in der Argumentation ausgelassen wird weil es wird gesagt es ist ja dann schlimm weil es sind mehr Menschen auf der Welt aber es stimmt nicht es ist schlimm wenn mehr Menschen auf der Welt so leben wollen wie wir jetzt leben das heißt das Problem liegt nicht bei den Menschen das liegt bei uns und wie wir jetzt leben und wie unser Wirtschaftssystem wie unsere Produktionsketten wie unser Konsum funktioniert das heißt aber wenn wir das ändern könnten und da sind wir eigentlich gefragt wenn wir eine klimaneutrale Wirtschaft eine klimaneutrale Gesellschaft aufbauen würden und könnten dann könnte das auch in anderen Ländern passieren und zwar viel schneller als es bei uns passiert ist natürlich braucht es trotzdem wir haben einen endlichen Planeten also unendlich dürfte die Bevölkerung nicht wachsen und wir sollten glaube ich schon allein wegen dem sozialen Fundament wegen Bildung wegen Gleichberechtigung etc. in vielen anderen Ländern das Begünstigen das da an Frauenbildung passiert Gleichberechtigung politische Mitbestimmung aber nicht aus dem Klimaaspekt weil wir haben da wirklich die meisten Hausaufgaben zu machen und es möglich zu machen überhaupt für andere Länder sich nicht über den verschmutzenden Weg zu bewegen den wir genommen haben Dankeschön danke für den wirklich spannenden Vortrag danke für die Diskussion und deine Zeit eben den es gefallen hat ich lege nochmal eben das Buch ans Herz es ist wirklich so geschrieben ich hoffe wir sehen uns bald einmal wieder und danke für die Diskussion danke hat mich sehr gefreut vielen Dank bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal